Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der neuen Bude, wobei dieses Video eher für K.R.O.L.E. 34 gedreht wird. Es ist soweit, eine neue Super Smash Bros. Ultimate Crew wurde gegründet. Von mir, Arkas bzw. Christian und Smitty bzw. Noah, die ihr von diesem Channel kennt. Also, Smash Bros. Spieler, versammelt euch! Die neue ESCL Crew, The One and Only, oder kurz 1&1. In der Beschreibung werdet teil und treten uns bei, wenn ihr ein Low-Bis-Mid-Level-Player seid und Spaß im Game haben wollt. Also, wir sehen uns hoffentlich dort. Bis dann und ciao!